versuch dich nicht zu blamieren das könnte unser video-intro werden so der muss hier hoch so jetzt haben wir ungefähr genau zwei arbeitstage oder? ja sieht schon ein bisschen nach trail aus wenn man sich das hier anguckt es ist einfach scheiss rutschig es war doch einfacher als es trocken war aber hier hochfahren? wirklich 4 4 4 4 4 4 5 3 4 ja voll gut, dass wir da arbeiten, wenn wir hier die Kamera filmen, oder? ja, aber das war jetzt nur kurz aber gut, wir haben auch da gearbeitet und das war jetzt wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier müssen wir uns noch was überlegen Kommt das Wasser hier aus dem Hang Wie man sieht haben wir das Grün und den ganzen Humus noch gelassen Der Mutterboden kommt früh genug raus Wenn die Leute drüber fahren und warum irgendwo was weg machen, wo dann am Ende sowieso keiner fährt Dann sieht das alles ein bisschen schöner aus Und das ist natürlich das Gap Hier muss definitiv noch mehr hin Hier haben wir die Haltepfosten extra länger gelassen Damit wir den noch höher bauen kann bei Bedarf Und ich merke, es ist Bedarf Voll machen Gut Das ist schade Venga, venga Musik 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 So, meine Leine ist außen. Okay, interessant. Hier fehlt Druck. Müsste passen so. Der Stein ist leicht im Weg. Musik Yay! Warte mal, ich krieg's nochmal. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Musik Ah! Musik 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 Feierabendrunde Vorrasch, boah, eigentlich ist es trocken. Musik 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 bach oder nicht bach nein walrus wir haben ein gewittert ich bin nicht sicher, ob ihr seht diese Musik Musik Musik